happy birthday to you herzlichen glückwunsch und alles gutes zum geburtstag für alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble das wollte ich eigentlich sagen ich spiele heute mal wieder battle phase wettbewerb ffa viel spaß und da geht auch schon die erste runde los da ist ein spieler okay ok meiner da muss auch noch einer ach nicht ich war so langsam scheiße scheiße naja egal gibt's ja noch ein paar andere ach nee also die runde ist ja gerade mal richtig kacke plus der zeit eigentlich der erste kill auch ab damit ich hasse diese waffe wo er da draußen diese waffe ist sowas von eis ja meine letzte hoffnung snipern der intern krieg ich nicht ach die sind alle unten da ist einer da 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 ok 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 wer hat denn da geschossen ok ok nachladen ok 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 ich denke mal ich habe jetzt schon bin unter den besten dreien denke ich mir mal ok 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 killshot hast aber ich glaube bei killshot ist gar nicht mal so gut da ist durch die shotgun besser na egal ich bin zweiter und wir sehen uns gleich bei der nächsten runde und dann geht schon wieder los die nächste runde übrigens ich wurde gerade ich bin gestern wieder abgestiegen ich bin jetzt wieder novice also deswegen sind die gegner hier ein bisschen leichter ich habe anscheinend zu wenig gespielt da war leer ich habe eine kühle drin für oder ein implantat drin dass ich mehr munition tragen kann jetzt habe ich da und vor allen seiten abgeschossen diese sau diese sau wirklich das gibt's doch nicht der haut auch noch ab das war hier in der ecke verstecken langsamer machen es kommt da nicht mehr so schnell weg rache rache doch das mal ich bin gleich da und ist von drei seiten bald schon zwei seiten Aber weggegangen dann kam der nächste Hand. Der Spieler war das. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der war doch schon eigentlich down. Ach Mensch. Nochmal. Platz 2. Okay. Mal wieder Zweiter. Ich bin der ewige Zweiter. Da bin ich Dritter. Schauen wir mal. Schaden. 325.000. Sechs Tötungen. Na gut. Wie viele Punkte? 211 Punkte. Okay. Da bin ich bestimmt Zweiter. Ne. Fünfter. Keine Ahnung. Ich sag mal bis gleich. Okay. Ich war. Was war es gerade? Vierter. Auf den Tagesrandplatz. Wie nennt man das? Da wollte einer mich erschießen. Da hab ich einen erschossen. Du Sau du. Ich hab doch noch nicht mal was gemacht hier. Schon war ich down. Weit weg. Er ist sch... Oh ne. Von hinten kommt da noch einer. Man. Das ist doch... Arschloch. Arschloch. Jetzt kann ich schießen. Aber hier. Okay. Bist du da vorne? Ich hab noch vier Kids. Bist du da. Kein Schuss mehr. Tschüss. Ich bin weg. Nein. Er klaut mir mein Kill. Okay. Wee. Dankeschön. Für die Hilfe. Ich brauche noch ein paar Kills. Da. Okay. Okay. Ich denk mal, jetzt bin ich unter den besten Treinen. Hoffentlich. Schnell, 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 zwei, eins. Okay. Ach da. Äh. Ach da. War ich nachgeladen. Ich hätte nur einen Schuss gehabt. Egal. Dritter Platz. Das war richtig knapp. Das war knapp. Aber ich bin der beste Spieler. Auch komisch. Ich bin, hab genau so viele Abschüsse wie der andere vor mir. Aber er ist vor mir. Obwohl ich den besten Spieler habe. Hm. Egal. Ich hab sogar mehr Siegpunkte wie er gehabt. Ach, er hat noch einen Kill gehabt. Ah, okay. Ich nehme wieder alles zurück. Da war der letzte Kill nicht aufgelistet. Alles gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal nächste Mal seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017